Wir sind der Lenkungskreis Jazz und es gibt sie immer nur hier und wir stellen auch immer extra für die Demo, also wir haben ein Programm zusammen. Ich hoffe, es gefällt euch ein bisschen. Heute ist es ein seltsames Gefühl, finde ich, hier auf der Demo zu spielen, weil ein Großteil von der Band, der war auch am 30.09.2010 hier im Park und da haben wir ordentlich eins draufgekickt und deswegen ist es gar nicht so einfach, jetzt irgendwie gute Stimmung zu verbreiten, weil das nicht ätzend ist. Aber wir geben uns trotzdem Mühe, irgendwie geht mir ziemlich viel im Kopf rum an dem Tag und umso besser, wenn man jemanden mit guten Freunden auf der Bühne verbringt und mit euch hier. Ich bewundere euch alle, wie ihr das so durchhalten und mitmacht und so, das ist Wahnsinn. Vielen Dank an euch alle. Das tut gut. Und diesmal gibt es einen schönen, wir spielen ein Stück, das ist jetzt extra für heute komponiert worden. Das trägt den Titel, weil das war eine schöne Veranstaltung, wenn ihr euch an die erinnern könnt, das trägt den Titel Mabschiedsparty. Mabschied! Die spielen wir jetzt. Das ist von Thorsten. Wuhu! Thorsten Grill! Thorsten Grill! Hau raus! Hau drauf, ey! Genau! Hau drauf, ey! Maarchie psion! Das war's. 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 Das war's.